Der Name sagt eigentlich schon alles, neue Musik aus England. Die Gruppe gibt es jetzt seit einem Jahr. Der Produzent dieser Gruppe und Arrangeur Tony Mansfield schrieb übrigens den Hit Walk in the Park. Und hier haben wir Living by Numbers, New Music. Living by Numbers Living by Numbers now You count the days, but does it all add up to you? Does it all add up to you? Why we're Living by Numbers Living by Numbers now So you're living by Numbers And Numbers you answer to You can count all the numbers You bet that someone's counting you Living by Numbers Living by Numbers now Living by Numbers Living by Numbers now Hey, vor zwei Jahren hat man auch zu den...